France auf der zweiten Teiletappe Basel-Freiburg für einige Stunden wieder einmal in Deutschland. Seit dem Sommer 1903 ist das Rundkursrennen der attraktivste Muskeltest für Radrennprofis. Touristen feuern die Sportler auf den Schwarzwald Serpentinen an. Das legendäre Rennen wurde in diesem Jahr von 5000 auf 3660 Kilometer reduziert. Nicht trittfauler Radler, sondern Sportmediziner hatten dafür plädiert, die Tagesetappen auf 200 Kilometer zu begrenzen. Das Feld passiert Tottnau im Hochschwarzwald. Die Tour 71 glänzt nicht durch Stars. Die Asse schwänzen. Alle haben Angst vor Eddie Merckx, dem Superfavoriten, Gewinner der beiden letzten Tours und schon am ersten Tag wieder Spitzenreiter. Sieger der zweiten Teiletappe im Mössle-Stadion von Freiburg, Gerben Karstens aus Holland. Rolf Wolfshohl erreicht... Rolf Wolfshohl ...